gute und schön dass ihr wieder mit dabei seid bei achilles hier wird weiter gemetzelt wir sind wieder in der griechischen mythologie unterwegs und schauen was der feind uns noch entgegen entgegen wirft mein gott ein schwieriges wort für mich heute sowieso sonntag der spartaner tritt so ok hängt mir ein der will nicht das kann ich die kiste öffnen ich glaube erst mal beim schlechten nachher ganz runter nicht auf mich zielen jungs das ist nicht gesund und Und weg mit dem! Was loschen, ne? Stiftet dich nicht, ne? Oh, jetzt. Oh! 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 Wie oft soll ich noch sagen? Die greifen an und greifen an. Aber ich mache alle platt. Dass die keinen Respekt haben, ne? Okay. Was jetzt hier, hier ist jetzt ein... ein Kampf oder was? Den Kampf oder was? 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 Ich hab hohes Fleisch bekommen. Hey, der dritt mich einfach! So. So. Hat er mich einfach gekickt. So. Der Pass. So. So. Scheiße. So. 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 ich bin schon das sind wir doch schon wieder richtig gut auf kurs hallo wir sind mit den pflanzen an der wilsch gar nicht mehr und hier entlang jawohl hier finde ich das immer ein sturm weg da wäre es gewesen wie so ein geschreien brauche ich mir noch mal ein stärker rein ja ja und ich glaube sind wölfe keine hunde was ist denn hier los endboss fühlt sich fast so an naja doch nicht ok ein bisschen gut ich bin ein spartaner gut ich habe noch energie ja wir finden sie das schon der ecke liegt eine rum siehst du gar nicht okay jetzt lieber mal was bevor irgendeine einheben macht ich bin tot noch damit zu gut über die bridge wir werden immer besser ich kann nicht aufstehen ich kann nicht aufstehen ich kann nicht aufstehen manchmal so aus dem pflug raus treten geschützt und er tut mir eine in der magen das ist schon wieder ist auch mal so was wollen wir hier machen werden man tritt nicht so unkraut beseitigt das tief das zimmert rein so dass man meine ausrüstung auch kaum einmal ja okay du musst immer in das menü rein dann muss das aus nun gut ist also wo ist was schlacht ich wollte mich gerade heilen ich wollte mich gerade heilen er hat nicht getrunken wieder mal so bringt doch nichts warum diesmal bitte schneller wir haben das hier schon alles gesehen und jetzt los hier explodiert alles nimm er mit nur mal ein dritt und gut 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 leute wer bis hierhin zuschaut ihr könnt auch gerne bei der 100 abonnenten challenge mitmachen die bis ostern das schon abonnenten bis ostern zusammenkrieg das wäre mal was ganz cooles wer bock hat kann da mal mitmachen mich zu prüfen mir zu helfen er ist wieder hier unten weg wir wollten es wissen ja da kommt aber noch was das war nicht alles das ist wie so eine große arena war das alles wenn ich kann die neue gefahr zum ende des corridors ok und jetzt habe ich einen schlüssel und habe ich gar nichts die symbolen müssen die Schlüssel zu öffnen der chest ich auch laufen na gut es wird sich dann schützt mich lösen ich habe vorbei wasser alles unvisiert was los ausrüstung in die tasche rein und wo musst du denn jetzt hin auf spiele zurück einschlangen, einschlangen, dort entschlangen rückzug wasser dunkelos level schon weiter geht in der nächsten folge teilen leiden abonnieren und Cereo